Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4, wieder in Banapur. Und diesmal werden wir zu Sabal gehen und mal gucken, was er für uns... ...eine Mission hat in der letzten Folge, haben wir für Amita eine kleine Aufgabe erledigt. Einen Wolfsbau ausgehoben und die Wölfe eliminiert. Aber jetzt ist Sabal dran, ich bin gespannt, was er von uns möchte. Was ist mit ihm passiert? Er fiel. Pagan überflutet den Äther und wir müssen uns seinen Dreck anhören. Genug ist genug. Ich habe ihn auf den alten Glockenturm geschickt, um den Sender zu übernehmen. Um die Übertragung so zu stören. Leider. Ich kann klettern. Das wäre großartig. Es gibt keine Wachen, aber der Aufstieg ist schwer. Versprich, dass du nicht verletzt. Alles klar, wir dürfen klettern. Wow. Propagandamaschine. Ist ganz schön weit weg. Ich denke mal, das ist der Turm da hinten. Da ist jetzt die Frage, wie komme ich da am besten hin? Hier, unsere Zweitwaffe. N hoch. Na gut, dann nicht. Darunter und dann den Weg hoch. Was? Hat jemand mit mir geredet? Gut, wir benutzen mal die Seilrutsche. Wuhu. Ich könnte theoretisch schießen, aber wir lassen das mal, weil es ist ja unnötig. Und dann da schnell wieder hoch. Hier wird es wahrscheinlich kein Fahrzeug geben, aber das macht auch... Doch, gibt es Tatsache. Okay. Hier ist noch ein Händler. Ah, jetzt sehen wir auch das Rotpunktvisier. Ah, sehr gut. Okay, da hinten wäre eine grüne Pflanze, aber das ist mir jetzt zu weit wegzulaufen. Da ist ein Norden. Moment, ich nehme mal ein Fahrzeug. Aber ich nehme mal ein Auto. Auto bin ich ja gar nicht gefahren in dem Spiel. Also, Rinder. Das wird wahrscheinlich genau das gleiche sein wie bei Far Cry 3, die Türme. Dadurch werden wir bestimmt die Map ein wenig aufdecken. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ah, welche Unfallstelle. Achso, da oben ist eine Unfallstelle. Alles klar. Kann ich machen, aber erstmal möchte ich hier wieder ins Auto rein. Ja, danke. Mach dir voll die Panik, ey. Weil es aber gar nichts passiert. Oh, was ist denn hier passiert? Hm, scheiße, ey. Uh. Ein Kletterhaken. Der ist neu. Und jetzt müssen wir einfach nur den Glockenturm erreichen. Hier durchsuchen wir nochmal eben. Ich meine, der ist tot. Der braucht nichts mehr. Die Frage ist, wo können wir den denn jetzt einsetzen, den Kletterhaken? Da ist er halt, hm. Achso. Okay, wir können ihn werfen. Ich habe nur nicht gesehen. Okay. Ich habe nur nicht gesehen, dass da noch ein Seil dran ist. War auch gar nicht. Oh shit. What? What passiert hier? Ähm. Alles klar. Ich soll da jetzt rüber, oder was? Aha, aha, aha. Äh, ich soll da hoch rauskommen. Hui. Moment. Moment, 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 Moment. Kann ich mich da theoretisch auch... Hui. Tatsache, geiler Scheiß. Muss man noch ein bisschen Vertrauen zu aufbauen? Ich habe immer ein bisschen Schiss, dass die Dinger reißen. Oder dass irgendwas passiert. Man weiß ja nie. Aber dann ist ja alles gut. Scheint ja zu funktionieren. Moment. Okay, was genau soll ich hier tun? Ja. Ah. Alter. Junge. Ich weiß leider nicht, wo noch einer hier. Ist irgendwo noch einer? Moment. Ich kann bestimmt damit was machen, was blöde ist. Äh, will ich nicht machen. Der hört ja meinen Schuss, ne. Ist ein bisschen dumm. Wir gehen da mal hin und töten den Pär. Take down. Park an Mien, our savior am Arsch. Oh, weggehe den Schund. Alles klar. Okay. Glockentürme. Erreiche die Spitze des Turms, um Park an Mien's Propagandasignal zu stören. Befreie Türme, um den Nebel auf der Karte zu lichten. So erhältst du Zugang zu den kostenlosen Waffen und schattest neue Aufgaben frei. Natürlich. Gut, die werde ich wohl alle machen. Ich weiß noch nicht, ob ich das hier bei Far Cry 3 auch mache, dass ich alle, ähm... Dass ich auch alle, 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 alle Dinger da einnehme. Oh, ich glaube hier dann. Muss ich mal gucken. Weiß ich noch nicht so genau. Wir müssten auf jeden Fall noch irgendwo Gegner sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Achso, stimmt. So, weg hier. Unverschämt. Ah, da ist noch was. Wird aber dasselbe Prinzip wahrscheinlich schon sein, wie es bei 3 war. Möchte ich fast vermuten und behaupten. Und wir haben geschieht, als ob es hier noch Gegner gibt. Vielleicht kommen die noch oben oder so. Da ist das Ding. Wir holen uns natürlich erst mal die Kiste hier. Und die holen wir uns auch noch. Oder wir gehen auch einfach nochmal hier ein Stückchen rum. Ist ja kein Problem. Da. Haben wir noch irgendwas? Ne. Scheint nicht so. Dann. Als alter Radiotechniker wissen wir, dass genau das hilft. Eins von 17 Glockentürmen. Na gut. Und es wird präsentiert. Das ist wichtig, dass man das so ausspricht. Haus des alten Isha. Und Kyras Zuflucht. Alles klar. Damit ist der Nebel etwas gelichtet. Wir sehen weitere Türme, die wir einnehmen können. Und natürlich auch Lager, die wir einnehmen können. Ich weiß ja nicht, ob ich das mache, wie im ersten Teil. Wie in, ähm, 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 ähm. Far Cry 3. Da habe ich dann so eine extra vorgemacht, dass ich die restlichen irgendwie dann noch mache. Das müssen wir mal schauen, ob ich überhaupt eine mache. Ich weiß es noch nicht. Was ist das hier? Tirta. Wer ist denn Tirta? Tirta kenne ich nicht. Shanat. Aha. Okay, das sind anscheinend deutlich Geiden. Örtlich Geiden sind das. Gut, Garsch. Okay, also die Map ist... Ich will jetzt nicht unbedingt sagen kleiner. Sie wirkt eventuell ein wenig kleiner. Aber ich glaube, sie ist nicht kleiner als in Far Cry 3. Denke ich mal. Okay, was wäre denn jetzt das nächste? Fähigkeiten... Ah, wir haben wieder Fähigkeitenpunkte erhalten. Das ist ja super. Erstmal das Leben. Ach, kann ich gar nicht machen. Kostet zwei Punkte. Der ist blöd. Elefantenreiter. Halte ihr um einen Elefanten... Boah, nein. Auf jeden Fall. Nein, es kostet zwei Punkte. Okay, ich kann jetzt nichts ausgeben. Propagandamaschine. So, dann gehen wir erstmal runter. Wir haben ja wieder ein paar Nebenmissionen. Die habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Mach ich auch nicht. Oder vielleicht da. Mal zum Alkuchen. Nachschub für den goldenen Pfad. Der goldene Pfad benötigt Vorrede. Wir sammeln die Vorrede an den angebenden Fundstellen und bringen sie den Leuten, die sie am dringendsten brauchen. Ja, komm. Wind, bist du das? Hier ist niemand, der so heißt. Verdammt. Er ist überfällig. Wer ist da? AJ Gale. Und wer bist du? AJ Gale? Einen Moment. AJ, genau. Ich weiß, wer du bist. Ich bin Gopal vom goldenen Pfad. Wir brauchen deine Hilfe. Meine Einheit erledigt Nachschubübergaben für den Pfad. Aber wir sind unterbesetzt. Die Royal Army versorgt ihre Truppen in meiner Gegend. Ich schicke jetzt die Koordinaten der Abwurfzonen. Schnapp dir die Pakete, bevor die Royal Army sie sichert. Was ist denn in den Paketen? Ähm, ich weiß nicht. Ich bin nur der Bote. Okay, ich hol mir das Zeug. Alright. Alles klar. Und düsen wir mal da eben hin. Gut, ist wahrscheinlich leichter gesagt als getan. Aber mal eben hindüsen, wird so nicht so einfach werden. Huch, ja, 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 ja. Da war er am Berg. So, ihr seid freundlich. Was denn? Ist doch alles gut. Wir sind mal getroffen. Ah, Moment. Was ist das da für ein Symbol? Ach so, ein stationäres Geschütz. Hm, ich dachte, da kann ich eine Waffe kriegen. Aber nein. So, ich fahre jetzt einfach mal blind links dieser Straße entlang. Ja. Schon verkackt, weil die geht hier gar nicht weiter. Gut, dann fahre ich hier blind links einfach runter. Und fahre auch gegen diesen Baum. Das ist alles geplant. Aber wir sind wieder rumgeballert. Ich habe jetzt keine Zeit zum Rumballern. Ich muss mich da ein bisschen beeilen, ne? Fuck, das wäre richtig... Ah, shit. Das war richtig da oben. Okay, wir fahren nochmal zurück. Kein Problem. Überhaupt kein Problem. Fahren wir nochmal zurück, ne? Macht ja nix. Muss ich den Rest anscheinend zu Fuß zurücklegen? Oder vielleicht können wir auch fahren? Ich weiß das noch nicht so genau. Schauen wir einfach mal. So, was ist das hier? Aha, mhm, mhm, mhm. Okay, okay, okay. So. Was, ein Adler? What, ein Adler? Ich habe ihn bestimmt getroffen. Ich gehe einfach davon aus. Wird schon. Wird schon. So, hier müssen wir also ein paar Sachen aufsammeln. Alles klärchen. Was müssen wir denn so aufsammeln? Alles, was in den... Ich weiß ja nicht. Ich sammle einfach mal auf, was hier drin ist und alles, was hier so blinkt und leuchtet. Piept doch irgendwas. Weiß nicht genau, warum hier etwas piept, aber gut. Ach ja, die Schlangenpflanze. Ah, ich denke mal, das hier. Ja, 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 Moment. Dann muss er hier nochmal kurz, ne? Weil hier gibt es noch so ein anderes Pflänzken, das will ich auch mal kurz mitnehmen. Und er Bescheid weiß. So, gut. Dann geht es auf zum nächsten Package. Was gar nicht so weit weg ist. Muss ich sagen. Ein Tapir. Kleiner Tapir, bleib stehen oder stirb. Geht doch. Nein, Tapir, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Ach, Tapir, du bist doch doof. Ach, Tapir, du bist aber auch ein Quatschkopf. Ach, ein Schabracken, Tapir, laufe mir einfach so rum. Weißt du, in Far Cry 3 war das noch was Besonderes. Hier, pff. In Kürat ist das alles furcht. So, jetzt laufe ich anscheinend. Dahin. Na gut. Dann laufen wir dahin. Es gibt hier lilane Pflanzen. Bestimmt, äh, wie die Spaß-Tage gedacht. Ein grünes, äh, ein grünes, genau. Ein gelbes Pflänzchen gibt es hier auch. Nehmen wir auch mal eben mit. So, wir sind gleich da. Dann sammeln wir den Schmar noch ein. Mal gucken, wo wir den hinbringen müssen. Tschau. So. Hab ja eh keinen Bogen mehr, deswegen musste das jetzt so geschehen. Was ist das denn? Mein Bethaus. Selbst die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefährlich sein. Auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Meine Türen stehen immer offen und alle Kinder des Herren sind eingeladen, mich beim Goldener Pfad Trainingslager zu besuchen. Longinus. Bevor gelogen, das ist doch geschlossen hier die Tür. Longinus, Longinus. Mit dem haben wir, glaube ich, auch noch zu tun später. Ab mit dem Scheiß. 150, Longinus. Das ist ja nichts quasi. Achso, man bekommt dann auch immer Belohnungen. Na klar. Alles klar, ich hab alle. Fantastisch. Beile dich bitte und liefere sie an diesen Ort. Vielen Dank. Okay. Zum Glück weiß ich auch, wo dieser Ort ist. Sonst wäre das ziemlich blöd. Aber ich kenn mich in Kürat ja bestens aus. Was? Ein Adler, verdammt. Ich kann euch nicht helfen, ich habe Termindruck. Tut mir leid. Weg da, Baum. Ah, Baum, ich sagte weg da. Meinte damit auch dich natürlich. Nein, 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 nein. Komm schon, komm schon. Komm ich da hoch? Ich komm mal nicht hoch. Verdammt. Da runterkomm ich. Runterkomm ich ganz einfach. Wie komm ich denn jetzt zu dem Scheiß hin? Ist ein bisschen blöd. Jetzt. Alter, willst du mich verarschen? Ich komm mal nicht. Ach, komm. Ich lauf jetzt. Wahrscheinlich total dumme Idee, aber ich kann da nicht hochlaufen. Ach, das ist doch Quark. Ich hab nicht mehr sehr viel Zeit. Ich könnte es aber noch schaffen. Ach du Scheiße, die wollen mich bestimmt angreifen und tippen. Ach du. Ich hätte nicht absteigen sollen. Wobei, vielleicht schaffe ich das noch. Nee, ich schaff's. Oder doch? Von Sekunden. Ich könnte es noch schaffen. Ich schaff das. Ja, easy. Ach, pff. Von Sekunden ist doch kein Problem. Hier, zack, da bin ich. Hier, hab ich deine Vorräte. Danke, AJ. Ich sorge dafür, dass sie verteilt werden. Leg sie einfach bei der Tür ab. Also darf ich nicht rein? Wir brauchen die nicht. Wir brauchen die nicht. Ich darf niemanden. Oh. Geil, wir unterhalten uns hier, weißt du. Und was passiert? Ich werde hier von... Ähm... Hallo? Von einem Rothund. Ich hatte eigentlich... Ich hab fast gedacht, das ist jetzt kein Rothund, sondern das wäre ein, ähm... Ein Dingo. Och, die Beutetaschen sind schon wieder voll. Na, das Hachma, das ist ja wohl nicht, äh... Ist ja wohl unglaublich. Yeah, yeah, yeah. Was ist da? Fähigkeit erforderlich. Letztes. Achso. Ähm... Wie komm ich denn jetzt eigentlich auf mein... Wie kann ich denn... Auf P? Nee. Auf M? Ja, ich geh mal über M hier rein. Passt schon. Was kann ich denn herstellen? Ein Köderbeutel. Ein Kotbeutel kann ich herstellen. Cool. Kann ich noch so herstellen. Was brauche ich denn dafür? Hab keine Ahnung. Mal gucken, ob ich das überhaupt mache. Ich hab aber zwei Punkte. Bedeutet, ich werd mir das jetzt kaufen, dann kann ich nämlich Elefanten retten. Yeah. Habt's auch noch keinen gesehen, außer den ganz am Anfang, aber ist egal. E halten, um auf einen Elefanten aufzusitzen oder von ihm abzusteigen. Drücke Shift, um loszustürmen und Objekte zu zertrümmern. Drücke F, um Gegner zu zerschmettern und zu werfen oder um andere Elefanten in der Nähe anzulocken. Geil. Können wir eine Armee von Elefanten machen? Ich mag diese Idee. So, irgendwo wird hier hart rumgebannert. Ich weiß noch nicht wo. Scheint mir, dass der, äh, Richtung zu kommen. Oh, hier ist ein Gegner. Ich soll nicht thouichen. Niemals. Oh. Hallo? Was ist denn das? Also, bitte. Boah, Junge, brennt hier nicht alles voll. Stirb. Tot? Are you dead? Yeah, you're dead. Scheiße, you burned it, aber ziemlich heftig. I don't like that. So, ein bisschen Muni wohnen. Genau. Ein bisschen Muni wohnen. So, wir haben auf jeden Fall einen neuen Auftraggeber. So, wie komme ich jetzt hier am besten weg? Ich nehme mir schnell das Auto und fahre einfach. Juhu. Oh, scheiße. Oh, scheiße, ich brenne. Brenne ich noch? Da brenne ich nicht? Ich glaube, ich brenne nicht mehr. Oh, scheiße. Oh, fuck. Wui. Moment, Moment. Moment, war der nackt? Ja, fahr weiter Autos. Ne, der ist doch nicht nackt. Na, wollte ich schon ganz sagen. Geht das aber nicht, ne? Nackt hier einfach rum sitzen. Das ist unglaublich. Warte, wir haben hier schon wieder das mit dem Adler. Ich muss da kurz hin. Ich will das mal sehen, was da abgeht. Boah, das ist voll die Robocop-Waffe. Ohne Spaß. Okay, ich muss nachhören. Ich weiß gar nicht, ist das überhaupt der Adler, der da angegriffen hat? Ich glaube, den treffe ich es doch nicht. Ach, keine Ahnung. Nee, wurscht. Wie gesagt, ich würde mal gerne zu dem Longinus gehen, weil das ist, glaube ich, momentan auch die einzige Mission, die wir machen können. Also die einzige wichtige Story-Nebenmission-Haupt-Dingspunkt da. Also fahren wir schon mal in Richtung Longinus Maximus, würde ich sagen. Und schauen mal, was da abgeht bei Longinus. Die Lanze von Longinus erinnert mich ein wenig, oder was weiß ich, erinnert mich. Das ist aus Neon Genesis Evangelion. Geile Mucke, würde ich sagen. Bestimmt, äh, Gamer freut sich. Was ist das für eine Frisur? Was sind das für Anzüge? Und diese Schuhe? Ich weiß nicht, du sollst ein diabolischer Anführer mit grenzenlosem Reichtum sein. Ich glaube, der hat irgendwas mit schwul gesagt. Ach, er meinte, Paganin kann das sein. Wäre möglich. Da wird hart rumgeschossen. Aber ich gönne mir erstmal diese Kiste. Was auch immer hier los ist. Wilde Party wahrscheinlich. Wir werden es in der nächsten Folge erfahren. Ich bedanke mich bei euch für's Einstieg und hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und bis dahin. Haut rein.